Herzlich Willkommen zum neuesten Update von Stranded Deep hier auf Let's Multiplay. Ja, wir sind jetzt in der Version 0.03 und es hat sich einiges getan. Wie wir hier schon vorne auf diesem wunderbaren, auf unserer wunderbaren Insel hier sehen können. Und zwar wundert ihr euch bestimmt jetzt, wie hat der denn das gemacht, dass er die Foundations so einander erstapelt, so hoch baut. Ja, das ist jetzt möglich. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt, es gibt jetzt nämlich im Update Node heißt das Multi-Story Buildings. Ja, im Prinzip mehretagige Häuser sind jetzt machbar. Und ich habe schon mal ein bisschen verrückt gespielt hier und schon mal ein bisschen Holz gesammelt und schon mal angefangen zu bauen, um euch das mal zu zeigen. Wir gehen jetzt mal ins Erdgeschoss rein hier. Zack, ab in die erste Etage. Ihr seht auch, es fehlt hier halt noch ein bisschen was. Zweite Etage. Und ja, hier sind wir jetzt gerade angehalten. Der Ausblick ist schon fantastisch, wie ich persönlich finde. Habe ich jetzt auf richtig gezählt? Gehen wir mal runter. Hier gucken wir mal, wie viele Etagen wir jetzt hier haben. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich irgendwie ein bisschen verzählt habe. Erdgeschoss, erstes, zweites, drittes. Und da oben bauen wir gerade das vierte Geschoss. Und ich habe etwas sehr, sehr Interessantes gefunden. Ah, hier habe ich schon ein Inventar drin. Und zwar eine Speargun. Also eine Harpune. Und zwar kann ich da mit Fische jagen gehen. Ich habe es beim Hai schon mal ausprobiert. Hat nicht gut funktioniert. Ist nicht gut ausgegangen, weil der Hai hat uns damit mitgezogen. So, und es gibt auch ein neues Interaktionsmenü. Da drückt nämlich mit dem linken Maustaste einfach nur noch. Wenn man mit irgendetwas interagieren möchte. Und auch zum Beispiel Sachen aufzuschießen. So, und jetzt sehe ich nämlich hier schon, es ist noch ein bisschen verbuggt, das Ganze. Äh, wo ist jetzt der Pfeil hin? Da ist er. So, aber man muss nämlich jedes Mal den Pfeil erst lösen. So, hier, komm, hier. Oh, hier dringst du wieder? Ups. Keine Luft mehr bekommen. Wir haben auch übrigens neue Player-Sounds, was ich auch sehr, sehr cool finde. Also unser kleiner Tom-Hanks-Verschnitt macht jetzt auch lustige Geräusche. Während er springt, stirbt, ertrinkt. Ähm, oder was auch immer wir sonst mit ihm machen. Da gibt es jetzt immer lustige Geräusche von sich. So, die Sardinen holen wir jetzt hier nochmal. Zack. Und, äh, sehen, es funktioniert wunderbar. Wir haben die Sardinen auch jetzt schon im Inventar. Ja, wie gesagt, ihr habt schon gesehen, ich bin ein bisschen rumgeschwommen auf den anderen Inseln. Habe schon mal ein bisschen was geholt, ein bisschen Holz geholt, äh, ein bisschen Palenblätter geholt. Ähm, um ehrlich zu sein, jede Menge Holz. Ähm, war da sehr, sehr, sehr lange mit beschäftigt. Die Speargun findet ihr überall. Was auch noch neu ist, was ich euch in einer weiteren Folge nochmal zeigen werde, sind die sogenannten Sea-Fords. Also, es gibt jetzt, äh, Unterwasserburgen, Festungen, Ruinen. Man weiß es nicht so hundertprozentig genau. Ich habe sie noch nicht entdeckt. Wenn ich sie aber sehe, werde ich euch auf jeden Fall davon berichten. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Haus hier erst mal, äh, weiter bauen und weiter in die Höhe gehen. Denn, ähm, es gibt auch, noch eine andere Neuerung, habe ich zumindest gesehen, äh, Flugzeuge. Die sind nicht unter Wasser, sondern fliegen oben in der Luft, ne. Das habe ich auch noch gesehen. Und ich will jetzt einfach mal unsere, unsere Foundation hier oder unser, unser kleines, äh, Meereshotel, Strandhotel hier, äh, einfach mal so weit ausbauen, dass wir das Flugzeug quasi berühren können. Mal gucken, ob das geht oder nicht. Äh, was ich auch machen kann von hier aus, oder was ich jetzt machen könnte von hier aus, ähm, ist ins Kühl-Nass springen. Das zeige ich euch jetzt mal hier zum Abschluss nochmal. Bevor wir diese Folge, also diese Mini-Folge eigentlich beenden. Denn, ähm, ja, wie gesagt, ich werde hier weiterbauen und mich dann nochmal in aller Ausführlichkeit zu den neuesten, äh, Neuerungen in Strandhotel-Deep-Inner-Version 0.03 melden. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einmal ein Like da, ähm, schreibt da unten in die Kommentare mal was Nettes rein. Das würde uns auch sehr freuen. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns auf jeden Fall. Und jetzt gibt es hier das Ende mit einem kühlen Sprung ins Nass. Wie, plong!